Okay, ich wünsche jetzt schon mal Toi Toi Toi. Ich will dahin. Gehen Sie bitte Platz. Kino! Achtung, Brainwash, Leute! Ja, sicher! Karusel! Böse Kinder! Kinder sind scheiße! Ich weiß nicht, ob wir jetzt streamen. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Aber na weh. Ja, stinkt ihr scheiße! Oh nein! Sag mir nicht, dass die da drin sind. Aber wer glaubt ihr das denn überhaupt, mit dem die lassen dich raus? Wenn du schon beim ersten Mal gehört hast, die lassen dich raus und du bist dann trotzdem wieder hier. So, ich wollt noch mal anmerken, ich hasse Kinder und Puppen in Horrorspielen. Gibt's die hier auf dem Freizeitpark? Also, wenn ich euch ein bisschen ins Ohr quieke zwischendurch, es tut mir leid. Ja, ist nicht so schlimm. Man muss es ja auch fühlen, ja. Der Cheddar hat mir die ganze Zeit auch gesagt so, ich mach die ganze Zeit die Action mit meiner Stimme und nach wem so, ja, ich hab hier ne Flasche. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Ihr wart in dem Ding drin. Ich satze so, ich mach die ganze Zeit Action im Voice und nach wem so, ich hab hier ne Flasche und hier hab ich noch was. Oh nein, da kommt ja jemand. Oh nein. Oh nein. Da wem so, wo bleibt dein schauspielerisches Talent, was du von Pippi gelernt hast, mein Freund? Wenn ihr jetzt mal bei einem Tag guckt, habt ihr ganz recht zum Park. Oh. Und das ist eure Sonderfähigkeit. Genau, das dauert immer ne gewisse Zeit und mit den Dingern, die ihr eben gefunden habt in der Runde, könnt ihr die halt instant aufladen. Okay. Also, gerade hat mir den Vorteil, dass ich jemand ein bisschen kannte, ich mein, wir haben den Vorteil jetzt, dass Mel die jemand ein bisschen kennt, ich kenn nämlich, wir kennen gar nix. Ja, bei meinem Orientierungs-Sinn ist das auch richtig gut. Ja, wo ist er denn? Ich seh' nicht. Wo ist er? Hä? Guck, guck. Wiekepuff. Okay. Let's go, was müssen wir denn machen? Wieso berutet deine Hand eigentlich die ganze Zeit? Ich glaub, das ist nur das, wenn man das in der Hand... Das ist das Heilungs-Sinn ist, ne? Das ist das Rauch-Ding, ja. Ja, okay. Also, wenn Pennywise gleich hier irgendwo in die Ecke kommt, dann müssen wir uns nicht wundern, oder? Da oben steht sie und tanzt... die Mama. Ich hasse sie so sehr. Geht ihr vielleicht mal vor. Futterland! Das muss doch jetzt nicht sein! Heide Park! Heide Park! Das ist ein blutender Tag! Come join the party! We're all going to have such fun! Ich möchte nicht so ne Maske haben! Bieso? Nee, die saut! Okay, was müssen wir machen? Let's go! Mel macht einmal Speedrun! Karussell! Karussell! Hier geht's vor! Es macht gar nichts! Karussell! Na wen? Hältst du noch ein bisschen durch, Mel? Ich kann gerade noch so! Ich mach ja regelmäßig Sport! Ich kann das! Muss gehen! Ach du Scheiße! Ich bin durch! Ey, wenn man hier keine Minigames machen kann, dann bin ich echt enttäuscht! Im Futterland! Alle sprechen immer so gut! Ja, so wie bei... So wie bei Left 4 Dead mit den ganzen Minigames! Ja, das wär'n Traum! Okay, haltet auch schon nach Postern, Leute! Das ist wichtig, ne? Oh, Kinder! Geil! Erreiche die Postern! Oh, Vorsicht! Hast du wieder irgendwo draufgedrückt? Nein! Der war so und dann war der auf einmal anders! Okay, ich geh mal kurz auf den Boden! Ach so, ihr könnt übrigens auch... Weiß nicht, ob ihr das eben schon gemacht habt, ihr könnt pingen! Ja, das haben wir schon gemacht, ja! Was können wir? Ah, Bombegift! Jemand hat eine Stinkbombe in dem Schrank versteckt, sorry! Tut mir leid! Wenn ihr was zu werfen habt, sagt mal bitte Bescheid, ja? Bescheid! Nein, wir werden nicht so ne Maske sein! Hast du, hast du wirklich was zu werfen? Dann bin ich schon 20 gestalten! Aber ich leg hier einen hin, wenn du möchtest! Oh ja, bitte! Hey! Höchst du mal zu! Ich hab hier nämlich einen Schnuffi und den würde ich sehr gerne machen! Doch, man fühlt sich komplett psychomäßig, wenn man hier die ganze Zeit diese Musik... Du kannst das sogar strengen! Du kannst das sogar strengen! Ach ja, da hätt' ich auch selber drauf kommen können, glaub ich! Take it if you want it! Der war doch schon ein Poster! Ja, nimm mit! Nimm mit! Ach, so süßfach! Danke! Falls sich irgendjemand findet, dann sagt mir mit noch Bescheid, ja! Ja, 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 ja! Oh nein! Der Doktor wurde freigesetzt, ich hab ein bisschen... Der ist bei mir! Der ist hier drin, in der Bude! Ich weiß nicht, wo er herkam, aber er ist hier drin! Er läuft! Warte mal kurz! Oh mein Gott! Ich bin ja komplett scheiße unterwegs! Leck mich am Arsch! Wo ist das Klinggift? Äh, äh, an der anderen Seite! Ganz okay, warte! Ah! Ich träume! Nein! Ja, ganz entspannt! Warte! Ich bin grad in der ganz falschen Richtung abgebogen! Tut mir leid! Ich bin in der falschen Richtung abgebogen! Hier ist noch was zu heilen! Ja! Warte, lass mich einmal ganz kurz... Ich glaub, ja, das Heilen brauch ich, glaube, gerade! Warte! Hilfe! Was war das denn jetzt? Okay! Wir atmen einmal durch, Chat! Und dann ist alles... Wenn du nicht durchtest, dann kann ich grad aus mir auch ein neues Antigift-Ding anzuholen! Ja, warte kurz! Ich bin grad kurz am... Erholen! Ja... Ja, Mel? Wie bitte? Vielleicht sollten wir schauen, dass wir in Richtung Wurzelkanalfahrt kommen! Oh, er läuft jemand! Ja, ja, ja! Oh, er läuft jemand! Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Hier ist doch so ein Schnuffi, falls jemand von euch ne... Äh... Ja, danke! Mhm! Leute, gute Nacht an alle, die schlafen gehen! Danke fürs Dabeisein! Ich liebe euch! Warte, warte, das ist jetzt links, ne? Warte, du bist ja ein Fuchs! Warte, du bist ja ein Fuchs! Hat der denn durch? Ich glaube, ich mal Pusho joggt auch wieder an, Leute! Das ist so anstrengend! Die ganze Zeit immer gedrückt zu halten! Hat er dich, hat er dich gesehen an wen oder wo ist der gerade? Nee, nee, ich bin, ich bin weggekommen! Ich bin weggekommen! Ich höre ihn, glaube ich, nicht mehr! Ich gehe raus! Ey, ich weiß nicht, wo die hier lang rennen! Mel, wo müssen wir denn lang? Guten Tag! Ja, zum Hochkanal! Also, wir müssen das immer eben zu zweit aufbrechen! Ach du Scheiße! Das sind ja verschiedene Sachen hier! Das aufbrechen? Okay, ich helfe dir! Let's go! Mit Feindkräften! Ah! Oho! Vorsicht! Da ist so ein... Achtung! Na, das... Möbel? So, genau! Die Dinger explodieren übrigens! Na wen, zeig doch mal! Mit kleinen, äh... Buckies! Achtung, volle! Ich glaube, wir sollten uns vielleicht etwas beeilen, Leute! Warte mal, haben wir Besuch? Wir haben Besuch! Er ist hinter uns hergekommen! Ey! Wir müssen so vorsichtig sein, ey! Wir müssen weh... Wir müssen so vorsichtig sein, ey! Wir müssen so vorsichtig sein, ey! Die haben mich auch ganz schön erschrocken. Hat jemand ein Diefrichterbein? Dann können wir hier den Sicherheitskasten, den Unfallkasten aufmachen. Leider nein. Scheiße. Braucht noch jemand eine Batterie? Nee, alles gut, danke. Hier ist so ein Vorrichtungsauflader. Wenn ihr eine Map seht, sagt Bescheid. Achso, ich stehe direkt vor einer. Perfekt. Können wir hier aufladen? Was ist das? Ist das für unser Special oder was? Dieses Vorrichtungsauflader? Ja, das ist für das Special, genau. Genau, genau. Ah, geil. Wirf ein Herz auf das Ziel, um das Tor zu öffnen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ey, was machen wir? Juh! Ich will auch Jammach-Spiele machen! Ja, schnapp dir ein Herz und komm mit. Ja! Wollen sie mir unaufhängig? Herzwerfen! Oh, den Kanal. Wir haben den Kanal gefunden. Oh, oh. Vorsicht, der Ex-Spiele schon. Ja, genau so. Warte, ich will mitmachen. Und jetzt kannst du hier werfen. Drei Stück müssen wir abwerfen. Ja! 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 Haben wir jetzt was gewonnen? Hast du zwei Herzen genommen? Ja, du musst das Ticket da rausholen. Und das ist dann da rein. Okay, ich hol's. Aber wir müssen diese Minigames sogar machen jetzt, oder was? Ja! Also. Ich hol's! Hey, wenn ihr ein Minigame macht, macht das nicht ohne Unfütze. Ich will zuschauen. Ich hab ein Ticket. Ticket musst du jetzt hier bei dem Ticket Menschen abgeben. Okay. Oh, warte mal. Ich glaub, wir kriegen das hoch, Leute. Oh, wo der Doktor kommt. Ja. Versteckt euch. Ja, und Achtung. Käpt'n kippt ihn. Er rennt mehr hin, sei her, glaub ich. Hm, hm. Ja, ich werd erstmal nicht pieken. Nee, nee, alles gut. Der haut ja gleich wieder ab, oder? Ja. Äh, hier ging auch noch eine Hand. Vorsicht. Oh, shit. Ich glaub, ich krieg Besuch. Ich glaub, ich krieg Besuch. Hinter, hinter der Zähne, wo wir gerade das Ticket gewonnen haben. Da macht sich gerade eine breit. Ja. Ja. Ist das, glaub ich, hinter mir her? Ist du gerade in Scherben gelaufen? Fuck. Ich wollte nur gucken. Jetzt bin ich rausgeklettert. Äh, jetzt. Ja. Ich hab ihn auch gerade gesehen. Timing. Ah, Tonne. Spannend. Okay, was müssen wir noch machen? Wir müssen... Äh, du musst das Ticket erstmal in die Stadt entnehmen. Ja, wir müssen das Spiel schnelles Ziehen gewinnen. Dann gehen Deckung und das Spiel kriegt Kegelbahnen. Geil. Oh, warte mal. Er hat mich, glaub ich, gesehen. Oh, shit. Aber ist okay, ich mach's in den Ticket rein. Ich mach den Ticket-Schalter. Bitteschön. That's one. Hm? Oh, Kegelbahnen käme ich auch noch gar nicht. Oh, Vorsicht, der ist hier drin. Aber ey, Vorsicht, der ist hier. Der steht hier rechts vor. Ey, ich hab ein Glück gemacht. Ey, Vorsicht. Ey, man kann so schnell das vergessen, dass man einfach hier rumsneaken muss. Ah, ich hab ihn. Ja, oh, ich hab ihn. Äh, hab ihn, eh, ja. Offen. ja wo sind die anderen mini games also wie gesagt ich kann nur ich kann heute betäuben und wir dürfen nicht vergessen dass ihr auch heilen könnt benutzt das gar nicht seid vorsichtig deinem vorrichtungsding kannst du sowieso wieder aufladen wo sind denn die mini games man kann dagegen auch kurz anpinnen wie macht man das mit welcher taste dr besuchen aber ich glaube von da woher gekommen sind ich gehe nicht ran oh mein gott ich glaube ich habe gerade in der weinen fata morgana gesehen kann das sein oder gehört die rennen auch einfach nur wenn man man sollte nicht zu denen hin rennen oder nein ich habe das ja nicht gemacht ich habe nur eine frage melde ich bitte dich ok kommt jetzt ein neuer oder geht er wieder weg wir brauchen mini games aber irgendwie sieht es bei dir aus ja der doppel ist bei mich in der nähe ich habe jemanden direkt vor mir deswegen sitze ich gerade in der kiste ok rutscher rutscher ich komme mal langsam in seine Richtung ja ich bin hier raus hier ist auch noch eine batterie falls jemand brauche zu mir bitte nicht kommen wir direkt hier soll ich ihn ablenken Mel oder was ne der geht gleich wieder weg oder hat der das gehört ich kann dir helfen wenn du willst ich helfe dir du bist du bist du bist du bist du bist du bist lauf lauf lauflauf ja hohohohoho ich habe die Tür zugemacht ja alles gut alles gut Leute der Hall gehört zum spiel kommt mal drauf an wo wir gerade rumlaufen Nur wie rennen denn hier rum, verdammte Scheiße. Okay, wir müssen zur Mail gehen. Was denn? Oh fuck, oh fuck. Ich weiß nicht, ob ich gesehen wurde. Ich wurde gesehen. Ja, und das ist oben. Aua, fuck my life. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, Entschuldigung. Ach cool, dann wollte ich das. Nein, ich warne dich. Ich warne dich. Was war denn das denn? Sind wir safe? Warte, ist hier irgendjemand in der Nähe? Warte, was ist hier? Ich bauch. Nee, das ist mein Versteck. Geh weg, das ist meine Tonne. Ich bin dabei wandern. Ich hab's aber wandern. Hast du da noch eine Tonne? Ja, ja. Ich hätte dich sonst noch auf die Schulter genommen. Kein Problem. Ja, das ist ja nicht. Ich hab dich nicht gesehen. Ist da irgendwie Besuch bei euch, Leute? Also, Herzschlag ist jemand in der Nähe, ja? Ich glaube, er kommt zu mir, oder? Ich höre jemanden atmen, direkt bei mir. Sind wir das? Hä? Bin ich grad dumm? Ich hab hier doch jemand gehört, oder nicht? Oh nein, wer hat's da jetzt? Der kommt doch direkt hier bei uns aus der Tür raus. Das ist nicht euer Ernst. Da war er grad. Haben wir irgendwas, um ihn abzuwerfen? Der ist los. Be careful. Ja, nee, aber wir sollten hier eigentlich relativ safe sein. Naja. Also, wenn ihr versteckt seid, dann zieht er. Ach so, ihr seid dann wieder. Läuft er eigentlich genau dahin wieder zurück, wo er herkam? Das weiß ich nicht. Ist er da noch? Nö. Oh fuck. Oh nein. Hast du dir mal was zum Entgiften? Hey, es lag irgendwo was, aber ich weiß nicht wo. Wir müssen spielen. Weckling Besuch. Warte mal, ich hab kein Herz. Müssen wir die Herzlos wiederholen, oder was? Oh fuck. Ich mach die Tür zu. Du musst jedes Mini spielen mit Herz machen. Geh durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Versteck dich noch nicht. Ja, bin perfekt, bin perfekt. Nee, geht durch die gleiche Tür wieder raus. Ist raus. Okay, aber rechts von dir oder links von dir ist auch noch einer. Ich verstehe. Man, hast du ein Herz? Ich bin hier. Okay, dann let's go. Go, Fult, komm. Äh, wo muss ich denn eigentlich hinwerfen? Ich glaub, du musst die Cowboys hinwerfen, ne? Triff sich, man. Triff sich. Jawohl. Yay. So, mein Herz in Ordnung. Let's go. Hä, ich konnte mit einem die ganze Zeit werfen gerade. Oh, 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 oh. Ähm, hat jemand einen Stein oder sowas? Nee, aber hier ist eine Tür. Hä? Und hier ist auch ein Gast. Fuck. Komm hier, wir hin. Komm hier, wir hin. Wo ist denn das Deiner? Er hat mich jetzt in der Tonne gerufen. Danke. Also, da bist du ja selber schuld. Achso, da bist du ja... Oh, okay, ja. Das sehe ich natürlich vollkommen. Oh Gott. Leck mich aber ab. Was zum Fick, Mann. Okay, ab zum Deiner. Ab zum Deiner. Ich bin beim Deiner. Ich hole mein Herz. Fuck, ich bin kaputt. Ah, Mann, ernsthaft? Nein, nein, nein. Aua, aui. Lass mich aber Ruhe. Wollt ich helfen? Ich bin versteckt, alles gut. Okay, wir sind safe, glaube ich. Ich kann das aufmachen. Ich habe leider keinen Dietrich mehr. Ja, alles gut, ich kümmere mich. Ob jemand kommt. Warte, geh auf, du Scheißding. Ich habe sonst noch einen Schnuffler, den ich dir geben kann. Was? Wollen wir das hier aufbrechen, Kevin? Warte, 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 warte. Lass mich eben kurz die Medizin mitnehmen und dann bin ich da. Ja, let's go, komm. Rein mit der Schulter. Aber warte mal, wo müssen wir hin? Wir sind da. Wir müssen hier gar nicht so weiter. Genau, wir müssen da durch und dann müssen wir nach rechts hin. Okay, let's go. Gerard, oh! Lauf. Wo ist mein Herz? Okay, ich brauche noch ein Herz. Scheiße! Hast du ein Spell? Hast du dir keins mitgenommen, David? Nein, ich kann es nicht. Ich habe die nie gesehen. Ich wusste nicht, wo die Sünde sind. Im Deiner sind die. Okay, wir müssen auf jeden Fall einfach durchatmen und komplett neu koordinieren, weil das ist... Ich glaube, ich wurde... Ich glaube, ich wurde gebunden. Ja, komm, komm doch. Ah! Oh, fuck! Seht nicht! Ja, wir brauchen noch ein Herz. Schnell, komm, wir uns hinterher. Los, er kommt uns hinterher. Oder? Warten uns wieder verloren. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt zwei Herzen. Ja, ich habe auch ein Herz dabei. Ich habe auch ein Herz dabei. Oh, fuck! Let's go! Rechts, rechts, rechts! Komm, 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 komm! Melde hier lang! In meine Richtung! Oh, fuck! Nee, er ist hier. Gar nicht gut! Ich habe kein Spiel gefunden, bei mir! Was machst du denn da? Was bringst du da? Okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal kurz zu dem Cowboy. Also, ich bin auf dem Weg zum Cowboy. Er ist gerade bei mir, aber er hat mich nicht gefunden. Ich kann gerade nicht hier weg! Und jetzt kommt ein Doktor, oder was? Doktor ist raus, ja. Doktor kommt in eure Richtung! Okay, ich bin jetzt beim Minigame. Neuer Doktor! Also, bei mir ist der Wettfalltyp. Aber ich sage was. Okay, ich hole mir jetzt den Cowboy. Let's go! Sehr gut. Ich glaube, ich kriege jetzt Besuch. Dicke Tolen. Also, wie gesagt, bei mir genau, weil wir sind nur zwei Minigames. Ja, ja, ja. Das sind die beiden letzten. Das sind die beiden letzten. Wir machen uns auf den Weg zu dir. Bauen wir dafür wieder Herzen, oder was brauchen wir? Ja, ich gehe ein Mikro, das wir Herzen brauchen, ja. Oh, Vorsicht! Mel, hinter dir kommt jemand. Ich gehe hier ganz artig. Ich bin so, Vorsicht, 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 jemand. Steck mich. Okay, nice. Sehr gut. Das Ping ist super. Ich bin gerade auf dem Weg in Richtung deiner. Seite, geh, hier gibt es nichts zu sehen. Ich gehe ins deiner. Aber wie lange bin ich denn vergiftet? Müsst ihr dir irgendwann auch mal wieder fertig werden, dir? Äh, ich gebe dir gleich den Schnuffi. Okay, ich mache noch zweites Liquid rein. Ticket aktiviert. Also, bei euch sind die Minigames, ja? Ja. Ja. Okay, gib mir ein bisschen. Gib mir kurz Zeit für... Okay. Ist bei euch gerade Action? Hört ihr irgendwas? Ja. Gar nichts. Oh nein. Scheiße, die Tür ist abgeschlossen. Ich komme nicht von der anderen Seite in eure Tür rein. Fuck. Aber ich kann da auch vielleicht. Warte. Nee, ich glaube, das ist... Nee, die Tür meinte ich, glaube ich, nicht. Hallo. Okay, ihr seid safe, ja? Nee, hier läuft Bob rum. Da, Achtung. Let's go, man hat die Krippe. Lauf, 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 lauf. Ich habe einen Stein beworfen. Okay, auf zu rennen. Okay, Mel, ich bin bei dir. Warte mal, ich heile uns alle. Blatt mal her. Ich bin das hier angezeigt. Hey, komm hier, komm hier hoch. Okay, ciao, Mel. Nice. Nein, das hat er mich gesehen. Wir sollten uns gerade heilen, Mel. Achtung. Warte mal, ich bin gleich vorne rein. Ja, jetzt schon. Er kann mit dem Teamplay kommen noch, keine Sorge. Wo ist er? Ist er bei dir? Ist bei mir gewesen, ja. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ah, er ist beim Karussell. Er ist beim Karussell. Also, wenn ihr ein Herz habt, ihr könnt ihn ruhig schmeißen. Er ist immer noch beim Karussell. Er dreht um, aber steht immer noch auf der gleichen Stelle. Oh, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Macht doch die Tür auf. Oh, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, ich fahr auf. Was? Ach, nicht dein Ernst. Nein. Oder? Ich hab zwei Enten abgeworfen. Okay, er ist beim Karussell. Okay, eine Ente muss noch gemacht werden, ja? Ja, ich glaube, es muss zwei Enten abgeworfen werden. Okay, äh, warte kurz. Er ist bei mir. Ja, ja, ich, ich, ich mache ein bisschen Schlüsseljagd mit ihm. Na, wenn du ein Herz hast, dann wäre ein guter Moment. Ja, leider, nein. Wieso hast du kein Herz? Oh, Gott, ja. Er ist bei mir. Du bist mal, wenn ich mal... Wenn ich mal so brüllen wollte, dann war er immer ähn. Vorsicht, er ist bei euch. Ja, ich glaube, er ist weggelaufen. Jetzt könnte ich Heilung gebrauchen, alter. Ist er bei uns? Sind es zwei oder was? Er läuft hinterher nach wen Ok, ich kümmere mich um meine Ente Ich hab dich getroffen, ich voll Idiot! Hilf dich! Ja, das müssen wir auch noch machen Ich hab wieder ein Herz geholt Wie viel? Müssen wir noch zwei, ne? Nee, zwei, zwei Ja, guck mal, dann mach ich jetzt noch eins Und dann können Curry das Letzte machen Ich bin auf dem Weg zu euch Ich geh hier schon mal in die Tonne und warten Guck, guck Ist hier keiner? Nö, nö, aber ich kann uns jetzt auch feilen Ok, was muss ich machen? Achso Oh ja, das war gut Einfach nur treffen, halt Ja, let's go Ja, da kommt jemand So, los, hier geht's Vorsicht, hier ist auch noch eine Miene Doktor! Ja, müsste bei euch da direkt sein, ne? Ja, ja, alles gut Ich entriegel hier grad irgendein Kram Wir gehen einmal außenrum Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Das können wir aufmachen, oder? Ja Ja, aber ich hab hier Und die andere Seite schon aufgemacht Das ist mit mir am Anfang so gesehen Hier hab ich auch schon aufgemacht Haben wir jetzt alle Tickets? Vorsicht Vorsicht, da ist jemand Nein, ich war doch gar nicht Ich bin doch gar nicht dahin gelaufen Mann Kann ich dir nicht helfen? Nein, kannst du nicht Was? Das ist mein Lieber Vorsicht, hier draußen vor der Tür war auch noch was Okay, einfach nur die Tickets da rein machen, Leute Warte mal, wo ist denn mein Ticket? Der Doktor ist wieder weg Wo ist mein Ticket? Achso, hab ich jetzt, oder? Ich hoffe ich hab's Das ist automatisch Ich hoffe ich hab's, ja Doktor ist wieder weg Ja, das müsste eigentlich Wetten über dein Wetten über dein Sprecher-Symbol sein Ja, ja, ja Ich lauf rein Komm schnell Komm schnell Wir haben noch alleine Tickets Lauf in den Dauern Rein Da ist noch einer Geil Ach du schon Moin Jetzt geht's erst los Ja, ja Habt ihr Bock auf eine Fahne? Push. Push. Let's go. So, ich schiebe. Wie, du schiebst nicht? Wir fahren jetzt damit. Warte mal. Ja, nee. Ach du Scheiße. Oder wollt ihr schieben? Das haben wir nicht. Ihhh, was ist denn hier los? Okay, wir schauen uns um. Triggerwarnung. Oh mein Gott, müssen wir da die Dings aufmachen? Ja. Ihr müsst den Kabel folgen. Was für Kabel? Ach so, okay. Die Kabel, die an den anderen sollen. Alles klar. Natürlich. Was auch sonst. Seid vorsichtig. Wir sind doch nicht belieblich, wenn wir uns auch. Einfach vorsichtig sein. Aber denkt dran, hör zu. Wir kriegen euch wieder Besuch. Oh, hier hatte ich nämlich Mathe. Komm her, Baby. Okay, ich bin bei einem. Ich schärfe gerade das erste Kabel. Komm her, Baby. Ey, aber was macht ihr jetzt nicht auch die Kabel, oder was? Doch, doch, doch. Ja, was ein Psychoscheiß. Oh. Oh, Besuch. Ich entschärfe das andere. Ich habe jetzt zwei Kabel entschärft. Jawoll. Erste Schrank ist auf. Ich bin noch nicht perfekt. Ich schieb dann mal weiter. Nein, eine Schrank ist schon offen. Eine Schrank ist schon offen. Ich bin da, Mel. Schieb. Ich bin da gar nicht da. Doch, ich hab den doch abgeworfen. Ach so, äh. Oh Gott, das bist ja du. Oh Gott, das ist nicht einfach. So schlimm sehe ich jetzt auch nicht aus. Was macht denn er schon wieder da hinten? Oh Gott. Hallo. Ich hab nur die dritte Dinges aufgemacht. Ich bin jetzt schrocken. So, ihr müsst so aufpassen. Ihr müsst einfach mehr aufpassen, Leute. Der Warnschrank, da könnte ich jetzt nicht viel tun. Bei mir ist einer drin. Hat er dich gefunden? Nein. Ich bin auf der anderen Seite. Wehe, du guckst hier rein. Ja, der läuft noch rum. Navelle, ich glaub, der hat dich gesehen. Wie kann das nur sein, wie du da rumhüpft? Warte mal, solange wir Herzklopfen haben, nicht rausgehen, oder was? Ja, solange du Herzklopfen hast, äh, unsere Dichter sind natürlich... Es ist viel bei DVD. Okay, alles klar. So dichter sind die Dukes. Rautscharfen. Ich kriege noch rein. Wieder ein Herzklopfen. Oh, oh, der kommt wieder. Ich hab wieder was zum Erschärfen. Und kein Herzklopfen. Ne, zwei Schwerschranken. Ich schieb ein bisschen. Ich schiebe, ich schiebe, ich schiebe. Ja, du nicht. Hier ist mein Herzschlopfen. Der Herzschlopfen, der kommt, der kommt, der kommt. Ich kann dir nur den Schlopfen kriegen. Er kommt, wo bin ich, wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab' nichts zu werfen. Ich hab' nichts zu werfen. Irgendwas. Ich hab' nichts zu werfen. Ich hab' nichts zu werfen. Ich verstehe nichts. Ihr seid in meinem Kopf, aber irgendwie auch nicht. Auch so böse zu lachen. Ah! Was ist hier gerade? Hilfe! Das muss es sein. Das muss es sein, oder? Ich glaube, ich hab's. Diese Psychosen, die machen mich fertig. Ich glaube, ich hab' das Blaue. Okay, okay, ich hab' das Richtige, oder? Ja, ich hab' das Richtige. Ja, geil. War das jetzt das Richtige, oder bin ich dumm? Ja, ja, war das Richtige, war das Richtige. Hä, aber warum hab' ich dann trotzdem ne Giftbombe bekommen? Ganz aufdrehen, ganz aufdrehen. Mehrmals musst du dann dran sein. Ja, aber ich hab' trotzdem ne Giftbombe bekommen. Hä? Nein, war nicht das Richtige. Ja, nee, dann war's das Falsche. Was? Ey, das, ey, was für eine dumme Kacke, Alter. Jetzt mal ganz kurz, also. Bin ich jetzt so doof? Oh nein, ich bin dumm! Ich bin dumm! Ja, ich bin selber schuld. Ich bin so dumm, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Nee, ich wurde vom Skinner-Man geholt. Heilige Scheiße, Mann. Oh, Mel, ist bei mir in der Nähe quasi. Ja, ich komme, ich komme. Was? Ich wollte gerade dem blauen Rohr weiterhin. Ich glaube, jetzt habe ich das Richtige. Oder? Das muss jetzt das Richtige sein. Ja, ich hab's. Ich hab das Blaue. Jawoll, wir sind durch. Wir haben alle. Wir haben alle, wir haben alle Leute. Ey, man kriegt eine übelziehe Panik. Habt ihr gehört? Wir haben alle Tore. Wir haben alle Tore. Was? Sehr geil. Das muss auch gehalten werden. Das geht jetzt nicht. Habt ihr in Ruhe, da habt ihr in Ruhe. Oh fuck, mal leid. Oh fuck, mal leid. Ich scha- Alles gut. Ist ein Plan. Ist ein toller Plan. Mir geht's super. Gleich bei dir. Ja. Es war nicht, also es war nicht der Letzte. Ich bin einfach falsch gefolgt die ganze Zeit. Okay, ich bin... Ich bin bei dem Ding. Bei dem Karin. Bei den Kindern. Ich hab hier einen Gegner. Ich bin versteckt. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Na, wenn ich brauche unbedingt ein Healing irgendwie. Nein! Der hat mich gesehen. Hier ist ganz viel. So, bei mir ist beides. Der, der und der. Ja, alles gut. Also hier ist easy. Das war seine Geburt. Leck mich am Arsch. Kannst du mich trotzdem noch mal heilen? Kannst du grad heilen? Ähm, ich hab grad... Es muss mich durch... Ich hab geladen. Ich hab abgeschossen. Lauf mir, lauf! Er kommt! Unschneidet! Vorsicht nach oben! Nooo! Alter, nicht dein Ernst! Lauf, lauf, lauf! Ey! Abpiss dich! Der kommt, vorsichtig! Wir kriegen Besuch! Hilfe! Also er ist mir grad hinterher gelaufen. Anscheinend macht das plötzlich jetzt nicht mehr. Der ist einfach so ne Diva! Okay. Kommt mal her, kommt mal alle zu mir. Wir machen jetzt erstmal Gruppenkuscheln. Ich bin so überfordert die ganze Zeit. Heilige Scheiße! Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen weiterschieben! Weiterschieben! Na Wayne, das sind Dosen, die die Dinger wieder anlocken! Äh, der Doktor kommt hier? Ja! Natürlich kommt der! Ich hab dir nur Flasche gegeben. Ich hab kurz beflascht. Ich glaub, das war er halt nicht. Du! Sorry! Nicht da, mein Freund! Ist der immer noch da? Ist der immer noch da? Ich hab noch Herzschlag. Ja, der müsste... Der will sich ja nicht einfach in Luft auflösen, ne? Ja, der ist hier gerade reingegangen. Ja, der ist hier gerade reingegangen. Warum? Hab ich das überhaupt? Hab ich gar nicht, oder? Diese Worlds aren't here to keep you open. They're here to keep the world out. Überall ist ne Scheiße ordentlich. Jetzt hab ich ne Flüschung! Scheiße, Mann! Bin ich. Hier ist was für... Hier ist ein Kick mit ihm. Bitte, mir ist gewinnen. Ja, warte kurz. Ne, alles gut, alles gut. Mir geht's schon wieder gut. Oh, das Ding ist einfach ne einzige Falter. Ich schaff es nicht! Ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. So, bitte. Gib's einfach hoch. Ey, wie kann ich jetzt schon wieder tot sein? Was passiert denn hier? Na, habt ihr da Hilfe nach oben? Ja. Ich brauche ne Wiederbelegung. Du bist doch nicht. Ich hab leider auch gerade Gegner bei mir. Oh Gott, ist das anstrengend. Ey, ohne Witz. Ey, ohne Witz. Ich sag euch ehrlich. Ich sag euch ehrlich, Leute. Ohne... Also zu dritt ist das viel zu viel. Das ist viel zu viel. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das hat nichts mit den Leuten zu tun. Aber zu dritt ist das viel zu viel. Zu zweit ist das gerade so machbar, aber zu dritt oder zu viert? Oh mein. Niemals. Niemals. Guck mal, wir sind die ganze Zeit nur am Rennen. Wir wissen nicht, wo der andere ist. Wir wissen nicht, wo die Gegner sind. Wir wissen gar nicht, wo irgendjemand ist. Ja, das hier. Absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Alles gut für euch da oben? Ja, jetzt wieder. Ja, ich wollte grad sagen. Plan ist, dass wir halt jetzt runter und weiter schieben. Wir müssen weiter schieben. Ja. Ja, alles gut. Aber wir müssen auch wesentlich vorsichtiger sein. Also zu dritt. Wir wissen nie, wo die anderen sind. Also wir wissen klar, wo wir zueinander sind. Aber wenn irgendwo ein Gegner ist oder so... Boah. Boah. Das ist ja also komplett wahnsinnig. Ich glaub, hinter uns ist was. Mel, wir sind bei dir. Ach Gott. Wir müssen rechnen. Wenn du so brauchst, ihr auch Heilung? Ich würd mich sonst mal irgendwo heilen. We should grab that. This could come in handy. Achtet bitte auf die Scherben und so. Vielleicht kriegen wir es gerade einfach mal so hin, dass wir nicht entdeckt werden. Das wär schön. Hier ist jemand im Schrank. Wir müssen irgendwie nach oben. Warte mal. Treppe hier. Wir müssen nach oben. Hier oben ist ein Schnuffi für eure Psychose. Braucht ihr nicht? Nö, ich bin fein. Stopp! Hier links ist einer. Warte. Ich schau mal kurz. Wenn ich irgendwie die Tür mal zumachen könnte. Das wär geil. Ich mach die Tür zu. Warte. Und abgeschossen. Ich schließe ab. Okay, lass uns hoch. Ja, da müssen wir aber landen. Ich würd sagen, wir müssen da raus. Ey, wieso? Wir müssen hier hoch. Nein? Was labert ihr? Wir müssen doch hier schieben. Ja, stimmt, 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 stimmt. Komm, 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 komm. Versteckt euch! Versteckt euch! Ich bin versteckt. Der kommt dann rein und nach oben. Oh mein Gott. Versteckt euch bitte. Wenn man die mal irgendwie töten könnte oder so. Okay, 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 okay. Wer einer ist unten. Wir müssen nur schieben. Poster haben wir. Wir müssen nur schieben. Ich hab keinen Herzklopfen. Ich schiebe. Ich schiebe. Komm schon. Es geht bergab. Aber warum schreckst du dich denn vor uns? Okay. Wir müssen runter. Wollen wir jetzt hier hoch oder? Ich glaub, wir müssen runter. In dem Feuer oder was? Also es geht. Wenn man vorsichtig ist. Stopp, stopp. Aber der kann das verbrennen. Vorsichtig. Okay, jetzt go. Nein. Okay, durchatmen. Ganz ruhig. Ich schiebe mir das Brot zu bestrafen und der Kinder. Wir müssen es weiterschieben. Aber lass uns erst mal umschauen vielleicht. Hallo. Ich schiebe es. Schiebe es schon mal, schiebe es schon mal. Aber halt die Augen offen. Ja, das muss auch nur noch dabei sein. Dann sind die Kinder fertig. Dann werden die gehäckselt. Okay, dann go, 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 go. Die kriegen dann ganz viel Besuch. Wie, dann werden die gehäckselt? Ja, die Kinder verdämmt die Arschlöcher rein da in die Mülltonne. Schiebe die weg, nicht längst plagen. Ich mach ja schon. Ich kann nicht so schnell. Schiebe, schiebe, schiebe. Ich schiebe. Wir kriegen Besuch vom Locktor. Und, 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 Mama. Ich schiebe es mit dir, komm doch! Oh Gott, der ist mit dir! Raus, Mei, raus! Ich läuft, ich läuft, ich läuft! Ich läuft, ich läuft, ich läuft. Ich glaub, Ushi hat mich gesehen. Ushi ist bei mir, Leute! Hört mir zu! Ja, schieb, schieb, schieb. Ja, schieb, schieb, schieb. Oh mein Gott! Ich schieb! Ich schieb! Ich schieb! Ich schieb! Schieb sie rein! Ich schieb! Nein, du schieb da! Ich schieb! Da ist sie! Schieb, schieb, schieb! 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 Na weh, lauf weg, sie kommt! Sie kommt, sie kommt, lauf weg, lauf weg! Ey, wo denn? Wir haben sie, wir haben sie! Oh Gott! Krass, Mami! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen raus! Wir müssen raus! Wir müssen raus! Wie kommen wir hier raus? Durch den, durch den Dinkpump! Durch den Dinkpump! Durch den Dinkpump! Wir haben sie geöffnet. Aber ihr müsst euch helfen. Wir müssen raus! Scheiße! 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 Wir haben Stress! Oh, ich bin der Spitz! Komm, ich heile uns mal kurz! Ja! Warte, warte, warte! Du willst sie wiederholen! Ist bei dir jemand Meld? Ja! Ich hab aber keine... Ich hab keine Spritze! Hey! Ich hab eine Spritze Feinde! Ich hab eine Spritze Feinde! Okay! Fuckwåschi! Ich djemůschi mit! Kümmer dich um Meld experiencing! What? Schtock Ą, warte, warte, warte... Ich seh gar nis Ich seh gar nis Hey! inst Maintenant Oh si-ho, oh si-ho wie sieht es aus werdet ihr gerettet gerade oder nicht ich bin doch noch gar nicht bei euch ich bin da ich bin da let's go ich kann euch wieder betäuben egal du bist weiter ich kann dich gleich betäuben kommt nach wen kommt 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 hinter dir alles gut alles gut wir sind still als sie will stellen als ushi Feuer, Feuer, Feuer. Los, los, los. 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 Hey, wo laufen wir lang? Wir laufen doch falsch. Keine Ahnung. Hey, Mel, ist das dein Ernst? Komm mal immerhin. Na, wer liegt? Ja. Wir waren doch schon längst da. Wir waren doch schon da, wo ich sagte, ich beschäftige sie. Es muss gemeldet, ich hatte Gegner. Komm, komm, komm. Woher ist das? Ja, wir sind wieder down, nicht flitzen. Wie wieder down? Ja, ich habe mich frei, doch, das hat zum Kaln nicht mehr in Wirklichkeit. Scheiße, wir waren das, Alter. Wow, wir mussten einfach nur da durchlaufen und da links. Oh mein Gott. Komm schon, bewegt euch. Let's go. Müssen wir jetzt raus? Müssen wir da in, wo wir zurückkamen? Äh, vorsichtig ist der große Penismann. Mussten wir da in, wo wir herkamen? Ja. Okay. Lauft. 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 Lauf. Keine Ausdauer mehr. Ich bin fast da. Oh shit. Oh shit. Lauf. Kommen wir nicht durch. Kommen wir nicht durch. Hier geht's nicht weiter. Mal auf die Bums. Ja. Warte mal, sie hat Stress. Seid ihr durch? Seid ihr durch? Lauf, lauf, lauf. Wir sind da. Nee, kommt. Komm, 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 komm. Ich halte das nochmal. Let's go. Raus, raus. Oh, geschafft. Oh mein Gott. Wir haben's geschafft. Was ein Psychotrip, Alter. Warum kriegt Mel eine bessere Bewertung als wir? Was ist das für ein Scheiß? Wie, echt jetzt? Oh, krass. Ja, du hast ein C- bekommen. Wahrscheinlich, weil wir zweimal gestorben sind, oder? Ich bin zweimal down gewesen. Ja, ich bin dabei auch zweimal gestorben. Ach nee, Tode, zweit. Ach so, das musst ihr dann gewesen sein. Aber ich finde auch, also der Vergnügungspark, der dauert halt ultra lange, ne? Das sind wirklich... Kann das sein, dass du die meisten Aufgaben gemacht hast, im Sinne von dir so die Herzenabwehr-Zeugs? Boah. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber das wäre ja scheiße. Ich glaube, das hat damit zu tun, wenn man ausgenockt wird und so, dann gibt das einfach fette Minuspunkte, ganz einfach. Also ich bleib dabei, zu dritt ist das schwer, zu viert ist das mega schwer, glaube ich. Aber das Ding ist halt, wenn du einmal in diesen Strudel reinkommst, dass alle durcheinander rennen und keiner ist irgendwie im Sneaky-Beaky-Modus. Und alle haben da irgendwie Gegner und so. Also dann ist das ja Wahnsinn. Wir waren in diesem Tunnel drin, das ist ja kompletter Wirrwurr. Heilige Scheiße. Das Schwierige ist halt auch, wenn du die Psychosen hast, ne? Wenn du die Psychosen hast und den Ingame-Chat nimmst, dann hörst du ... Ja, das find ich ja geil. Also man hat sich zwar gehört, aber mit so einem Hall und fast gar nicht. Das find ich geil, das ist cool gemacht, aber es ist halt sehr viel Durcheinander. Also ich glaub, die Kunst ist es, bei so vielen Leuten die Ruhe zu bewahren und wirklich quasi irgendwie Schritt für Schritt ... Das war, äh ... Also ich fand das mit der Psychose tatsächlich sehr cool. Ich find das auch geil. Ich find das auch geil. Ich find das auch geil. Aber deswegen ist halt wirklich einfach zusammen, glaub ich, die Ruhe zu bewahren und Schritt für Schritt irgendwie durchzugehen. Und nicht, dass irgendwie jeder seinen Zeugs da macht, weil dann ... Dann hat er die Baustelle, dann läuft man von dem anderen in die Gegner rein und so. Das ist halt, das ist halt das Gefährliche. I think you might be the one that shows this miserable world. What freedom really means. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.